Musik Frohes Neues und herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute möchte ich direkt eine kleine Neuerung einführen und zwar wie angekündigt auch mal was über Bekleidung zu machen, auch gesagt mehr über die Bundeswehr zu machen und schon haben wir beides miteinander kombiniert und sind jetzt hier. Ich möchte euch heute vorstellen die erste Version der Einsatzkampfbluse KSK, die erste Version, die so primär im KSK eingeführt wurde. Ich habe auch die einzigen Bildquellen, die ich dazu gefunden habe, sind vom Kommando Spezialkräfte gerade eben bei dem ersten Modell. Die ersten Truppenversuche, Prototypen etc. gab es im Jahre 2004. Vorher habe ich davon nichts gefunden, was natürlich aber auch Sinn macht, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt. Vorher hatten wir sowas in der Bundeswehr nicht. Durch die Einsätze mit anderen Spezialkräften in Afghanistan etc. ist man halt immer mehr auf diese RAID Mod, also die Modifikation der normalen Battle Dress Uniform, also der ganz normalen Feldblusen der Amerikaner gekommen, wo einfach die unteren Taschen auf die Arme oben genäht wurden. Klar wurde das schon viel früher gemacht, da kommen wir aber mal in einem eigenständigen Video zu. Aber das sind hier so Berührungspunkte, wo man das natürlich in Afghanistan sehr deutlich gesehen hat bei den amerikanischen Spezialkräften. In diesem Sinne ab 2004 eine eigene Bluse dieser Art fürs Kommando Spezialkräfte hergestellt. Wurde dann diese Version 2005. Das ist dann so der erste Serienrun gewesen. Gab es in dem normalen Standard-Flag-Tarn und im normalen Wüstentarn der Bundeswehr. Die Wüstenversion ist vom Schnitt her genau identisch. Die, die ich hier habe, ist aber komplett modifiziert. Die gucken wir uns nochmal in einem separaten Video an und gucken uns da mal die Details an, was da so gemacht wurde. Ansonsten, wie gesagt, RAID Mod, also hier ist nichts modifiziert. Die ist extra so hergestellt worden. Und zwar haben wir hier Oberarmtaschen plus zusätzlich deutlich größere Brusttaschen. Die normale Bundeswehrfeldbluse kennt ja jeder, die standardmäßige, die kleinen Fronttaschen und eine Tasche auf dem Oberarm für Gehörschutz, einen Stift und so ein bisschen Kleinkram halt. Hier deutlich größer. Wozu das Ganze? Aufgrund von Tragesystemen, Schutzwesten etc. ist natürlich der Vorderbereich belegt und man kommt an diese Taschen eigentlich relativ schlecht ran. Aus diesem Grund Oberarmtaschen, um sich daraus bedienen zu können, wenn man halt ein geschlossenes System oder ein, ja, etwas auftragendes System hat, wo man halt nicht so einfach mal irgendwo rankommt. Klar, mit so einer Kampfmittelweste ohne Schutzweste drunter kann man nochmal schnell vorne aufmachen, reingreifen etc. Aber das ist dann hier nicht mehr so gut möglich gewesen aufgrund der Platten etc., die es denn ja auch schon in der Bundeswehr Mitte der 90er dann aufkam. Und aus diesem Grund hat man sich dann für so eine Lösung entschieden. Es gibt verschiedene Ideen dahinter, was der Soldat da mitführt. Im Endeffekt ist es ähnlich wie bei den normalen Taschen, die man sonst vorne an der Bluse hat. Was wir ansonsten haben, sind bei den zwei Fronttaschen die großen Canadian Style Buttons hier in braun und um die Bluse zu schließen, haben wir die kleineren Canadian Style Buttons. Das ist hier schon mal eine Neuerung, die es so vorhin nicht gab. Klar, die kennt man halt vom Bundeswehrsmog etc. Und wir haben aber die Möglichkeit, nicht nur die Tasche oben zu öffnen über Knopf, sondern wir haben noch die Möglichkeit, an der Seite den Reißverschluss zu öffnen, um dann halt so in die Tasche einzugreifen. Im Inneren hier Stiftehalter und das war's. Andere Seite natürlich gleiches Feature, nur hier wurde auf den Stiftehalter verzichtet. Auch bei der Bundeswehrfeldbluse, bei der normalen, haben wir auf dieser Seite den Stiftehalter. Dann, was hier noch anders ist, wir haben einen verstärkten Bereich im Ellenbogen und um den, also von der normalen Feldbluse kennt man das vorne mit Klett und hier haben wir die Verstellung für den Gelenkbereich, auch mit den Canadian Style Buttons. Kann man in zwei verschiedenen Positionen festmachen, um so ein Runterrutschen etc. zu verhindern. Der Kamerad muss auch mal geschmiert werden, glaube ich. Die hier ist im Depot-Zustand, die ist nie ausgegeben worden. Die waren halt nicht mehr wirklich gefragt und sind dann irgendwann in den Surplus gegangen. Da gibt es nicht wirklich viele von, weil die halt wirklich nur für einen coolen Zeitraum produziert wurde. Und deswegen haben wir hier auch noch die Gegenfläche vom Klett. Das ist immer, auch bei Smogs etc., wenn die ausgegeben werden, hat man immer dieses Gegenstück dazu. Ja, Klett am Oberarm natürlich dann für Truppkennzeichnungen etc. Die Fläche ist zwar relativ klein, aber auch so kennt man das immer noch von den normalen Bundeswehr-Smogs, die ja auch über diese kleinen Flächen verfügen. Dienstgrad-Abzeichen sind nicht vorgesehen, braucht man aber auch in dem Moment einfach nicht. Natürlich tut halt bei der Anwendungsart nicht zur Sache in der Regel. Die haben andere Identifikationsmöglichkeiten. Genau. Ja, der ganz normale Kragen, ein bisschen breiter als üblich bei einer Feldbluse. Jedenfalls bei den älteren Versionen. Ich weiß nicht, ob das auch mal geändert wurde. Aber das ist es soweit hier oben. Ansonsten sind die Blusen ausgerüstet mit dem Insektengitter unter den Armen, was auch für eine bessere Belüftung da sein soll. Und auch diese Blusen sind ausgestattet mit dem Vektorenschutz. Wie schon erwähnt, im Einsatz ausgegeben nur gesehen im Bereich des Kommand-Spezialkräftes. Leider ist die Bilderlage aus den Jahren 2004 bis 2008 relativ mau. Es gibt aber ein, zwei, drei Fotos, die blende ich euch jetzt nochmal mit ein. Und wir sehen auch, dass diese Bluse mit dem Jahr 2008 relativ schnell verschwindet. Wir haben noch ein Bild von der Ilu Süd 2008. Die war Ende des Jahres, wo ein Kommandosoldat noch diese Version trägt. Aber die Masse der anderen schon ausgerüstet ist mit dem Nachfolgemodell, was wir uns in einem separaten Video dann mal angucken werden. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns. Ciao.